Nicht diese Sachen irgendwie von zu beschreiben, sondern nachlesen, sondern da ging es tatsächlich um die Eigenforschung. Ja, aber das war noch eins. Ich habe den besten Büro des 20. Jahrhunderts kennengelernt. Der war in Frankreich, ist ja nach Frankreich abgehauen, als die Nazis an die Macht kamen, weil er Kommunist war. Und Kommunist in Frankreich, immer die stärkste Partei gewesen. Und dort kamen die Nazis, es ist dann in den Untergrund gegangen und hat sein Leben aufs Spiel gesetzt für die große Sache. Und ich bin auch Kommunist, muss ich sagen. Marxist, diese große Sehnsucht. Aus diesem ewigen Frieden oder der Gleichheit aller Menschen strebe ich auch hinterher. Und Professor Segal hat dann auch ein Buch geschrieben, die Entstehung des Lebens aus biophysikalischer Sicht. Der war vollkommen gottlos und hat aber dann ganz streng wissenschaftlich nachgewiesen, dass es zwei Arten von Wasser gibt. Das L-Wasser, das lineare Wasser und das T-Wasser, was gewinkelt ist und Plus- und Minuspol hat und so. Wie hier, das ist beinahe weibliche und männliche Seite, wie man will. Und das habe ich gelesen, aber ich habe dann die Membran entdeckt, die Wassermembran. Sehr richtig, okay. Das war das Entscheidende und dass die auch kontraktiv ist und mathematisch der schnellste Rechner der Welt ist, ja. Und man kommt eins zum anderen, da kann man auf wenige Grundtatsachen zurückführen und dann rauskriegen, dass diese Membran das ist, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich habe dann auch mein ursprünglich angestecktes Ziel erreicht jetzt. Wow. Ja, und versuche jetzt, das in die Praxis umzusetzen. Mein Vorbild für die beiden gegensätzten Pole, ja, sind Eschers Hände. Eine Hand malt die andere. Und was, das ist jetzt, Sie haben die Aufgabe geführt und was ist jetzt so das tiefste Herzensanliegen, was Sie den Menschen, die jetzt wirklich überhaupt da noch gar keine Ahnung und aber merken, hey, da stimmt was nicht. Was ist das tiefste Anliegen, was Sie den Menschen zum Thema Wasser, wenn Sie das so mal zusammenfassen, so in ein paar Sätzen, was ist Ihnen das größte Herzensanliegen, was die Menschen erfahren sollen? Tja, da bin ich mal ganz, kurz an, dass der Kommunismus besser ist, als der Kapitalismus erstmal, ja. Und dass man nur um Sozialismus richtig forschen kann, in der DDR, ja, nur vollkommen unbeeinflusst waren, kein Geld gebraucht haben und so weiter, für eine geldlose Gesellschaft. Das ist mein Gewerksziel und das Wasser gibt auch kein Geld und gibt auch kein Geld, ja, jeder wird da seine Eigenschaften hat und jeder ist auch praktisch gleichberechtigt, ja, und da sorgt es praktisch das Wasser dafür. Es hat also viele Ähnlichkeiten miteinander, die gesellschaftliche und die naturgesellschaftliche Seite, ja. Und das ist mein tiefstes Anliegen, auch Sachen, die scheinbar überhaupt nicht zusammengehören, zusammenzuführen, ja, auf das Grundphänomen, ja. Und zum Thema nochmal, Wasser und Geld, das ist ja auch ein großes Thema, wo es, das, man versucht ja das Wasser auch in allen möglichen Möglichkeiten jetzt irgendwie zu manipulieren oder zu privatisieren oder was man alles hört und was, dann kennen Sie sich viel besser aus. Ja, das ist auch ein anderes Thema, was ich, das ist der sogenannte Elektrosmer über die Mikrowellen und das Wasser wird durch die Mikrowellen von der Erde vertrieben, ja. Früher ist das immer gewachsen und jetzt nimmt das Wasser ab, ja. Und darum wird es immer wärmer, denn das Wasser macht das Klima und nicht die CO2, die geringe Mengen. Und vor allem CO2 ist ja gut für die Pflanzen, wir alle sehr gut CO2, kann doch nicht, ja, die Bienen stirbt nicht am CO2, die stirbt am Wassermangel, ja, und so weiter, und so weiter. Es gibt keine Federmäuse mehr, keine Stubenfliegen mehr, und weiter, und so weiter. Das ist wichtig, dass die Menschen das erfahren, ja. Wir haben früher, wir kennen keine Stubenfliegen mehr, ich kenne keine Stubenfliegen noch, kennen wir. Wir haben massenhaft früher in der Wohnung gehabt, die Federmäuse sind abends rumgeflogen und haben die Insekten gefangen. Insekten weg, weil die Insekten am empfindlichsten sind, ja, alle zu 100 Prozent, aber zu einem ganz schönen Prozentsatz, ja. Und wenn wir nicht das Meer noch hätten und die russischen Weiten und weiter, ja, dann werden wir schon lange untergegangen sein. Das droht, wenn man nicht rechtzeitig Einhaltgebiete, ja, und das erkennt, und das ist auch, ja. Und dann gibt es auch noch was für die Praxis, ich habe ein Gewächshaus entworfen, kann man unter www.dancewater.net nachlesen, ja, und nachgucken, habe ich versucht zu zeichnen. Was sehr gute warme Isolierung hat und auch eine sehr gute Permeationsfähigkeit für dichtes Wasser, was die ganzen hier erzeugen, ja, und was praktisch das Wasser, und was praktisch alle guten Eigenschaften, die ein Gewächshaus haben kann, in sich vereinigt, obwohl es leichter als Luft ist. Okay. Ja, das ist dann was für die Praxis. Und ganz viel später will ich auch mal, wenn Sie dann sehen, oh, da, was der Mensch da macht, hat Hand und Fuß, dann will ich das Pesslerrad verwirklichen, das Pesslerrad. Das heißt auch zwei, genau wie immer diese zwei entgegensetzten Teilen. Und da braucht man praktisch keine Kraft, um dies anzutreiben, da reicht der Luftdruck, wenn der Luftdruck in Luftströmung verwandelt wird. So, das ist ganz kurz, was ich zu sagen habe. Oh, Dankeschön, Dankeschön für die Offenbarung und so zu sagen. Dankeschön. Bitte. Wenn ich immer an die Vergangenheit denke, dann bin ich unheimlich sentimental, ja, das kann ich nicht. Es ist total in Ordnung, weil es ist schön, das berührt die Menschen. Ja, ja. Das berührt die Menschen, weißt du, das ist so, es kommt, das ist okay. Es ist viel mehr, als wenn man versucht, irgendwie, was, ja, das. Das Wassertränen, wie ein Unterschied ist. Ja, ja, das Wasser fließt. Salzig. Es darf alles sehr viel. Es darf alles sehr viel. Mehr Wasser, mehr Wasser, mehr Wasser. Wir erzeugen mehr Wasser. Dankeschön, ein Herzen für diese. So viel mehr. Ja, zusabnehmen. So, ein Interview mit Gerhard Exner, freut mich, zum Thema Wasser, unserer Wasserkonferenz. Also, es ist ja wirklich ein total vielseitiges Thema und man könnte, es gibt ja, ich habe vorhin gesagt, zig Bücher darüber. So, wie begann es, dass Sie sich mit dem Thema Wasser überhaupt gewidmet haben, überhaupt Interesse gezeigt haben, da ein bisschen näher, tiefer einzusteigen, zu forschen? Ja, da möchte ich mal ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe 1965 bis 1968 Kraftwerksingenieur studiert und dort bin ich ja mit Kraftwerkswasser in Berührung gekommen. Ich habe dann auf dieser Strecke gearbeitet, speziell war es die Energie und die Wasserproblematik. Beim Wasser ging es speziell um die Wasserverbesserung. Im Jahr 2000 hatte ich meine sogenannte gesundheitliche Wende, das heißt, ich war bei einem Punkt angekommen, wo ich praktisch etwas verändern musste. Das habe ich gemacht, habe mein Leben umgestellt und habe dort in diesem Zusammenhang gemerkt, indem ich bestimmte Wassersorten ausgetestet habe am eigenen Körper, dass das Wasser einen sehr großen Einfluss auf Gesundheit oder Krankheit hat. Okay. Und habe dann auch die Zeit gehabt, diese Sache ganz speziell in Richtung Gesundheit, Krankheit zu recherchieren, habe dort die alternativen Bücher mir zum Teil besorgt oder ausgeliehen und habe gemerkt, dass da im deutschsprachigen Raum – ich hatte es vorhin schon erwähnt – ca. 80 bis 100 Bücher zur Problematik Wasser, H2O eigentlich simpel, wenn man es so sieht. Aber ich habe festgestellt, dass jeder in seinem Buch zwar bestimmte Dinge gleich drin hatte, die Grundsätze, aber die haben sich im Detail mit unterschiedlichen Sachen befasst, die meiner Meinung nach auch wichtig sind. Und im Rahmen dieser Literatur habe ich auch gemerkt, dass man vor langer Zeit schon die alten Griechen ein ganz tiefes Wissen zum Wasser hatten, was wir uns erst allmählich wieder über bestimmte Fachleute auf den neuesten Stand bringen mussten. Und ich habe festgestellt, dass die Menschen früher begriffen haben, wie wichtig das Wasser ist. Das ist intuitiv bei uns auch drin. Aber die haben gesehen, Wasser ist ganz wichtig. Es darf nicht verschmutzt werden. Es muss spezifisch angefasst werden. Und das ist untergegangen. Und wir merken ja, Herr Althoff hat es ja vorhin schon betont, die Kreislaufkrankheiten nehmen zu, obwohl immer mehr Geld in die Wissenschaft reingesteckt wird und man eigentlich annehmen müsste, die Krankheiten gehen zurück. Aber ich habe am eigenen Körper festgestellt, es liegt an erster Linie, wenn wir krank werden, daran, wenn wir nicht vernünftiges Wasser trinken. Und ich möchte es hier wirklich in die Kamera rein mal sagen, wenn wir normales Leitungswasser trinken oder auch normales Flaschenwasser in der Regel, ist das für den Körper gefährlich. Es muss beim Wasser was gemacht werden. Und man kann das gar nicht mal so sehr jetzt als negativ auf die Stadtwerke oder die Wasserlieferer beziehen, weil das eben auch nicht mit Null und Karin zu kriegen ist. Es muss dort Geld reingesteckt werden. Wer also bei seinem Wasser eine kleine Sache schon macht im Rahmen der Förderung, macht schon mehr als wenn er nichts macht und hat damit was für seine Gesundheit. Also durch sozusagen, kann man nicht sagen, also durch das eigene Leid oder durch die eigene Krankheit, Mensch, da muss ich jetzt einfach tiefer einsteigen. Da gab es einfach viele Bücher und trotzdem so der Anreiz, wow, dann möchte ich selber noch irgendwie was forschen oder was, weil ich denke, in den Büchern hat sich dann alles ergänzt oder gab es dann auch Gegensätze? Ja, ich habe eins festgestellt. Im Rahmen meiner Recherchen bin ich auf Herrn Dr. Augustin gestoßen und habe dort mir sein Buch, was sich ja mit der Oberflingsspannung beschäftigt. Er sagt, kontraktile Membranspannung ist ja auch richtig. Und habe dann gemerkt, auch anhand der anderen Bücher, die immer haben anklingen lassen, Oberflächenspannung ist für die Gesundheit ganz wichtig und das machen, sehen unsere allgemeinen Fachleute nicht so. Ich habe mit Wasser, sogenannten Wasserfachleuten gesprochen von Stadwerken und habe die Frage gestellt, ob die Oberflächenspannung, ob sie der Meinung sind, dass die Oberflächenspannung wichtig ist für die Gesundheit. Und die haben gesagt, wir kennen die Problematik Oberflächenspannung, aber wir sehen dort nicht die Zusammenhänge. Und da habe ich mich auf diese Spur begeben, habe das Buch, was nicht einfach zu lesen ist, von Herrn Dr. Augustin, ich möchte sagen, zwei-, dreimal gelesen. Es ist wirklich nicht einfach zu lesen. Und bin dann auf diesen Punkt gekommen, dass die Oberflächenspannung, die vernünftige Oberflächenspannung, die natürliche Oberflächenspannung, wie es ein Quellwasser hat, was ja nicht gekühlt werden muss, was okay ist, ganz wichtig ist für Gesundheit oder Krankheit des Menschen oder der Tiere. Ja, das war ein wesentlicher Punkt, wo ich der Meinung bin, dass da Herr Dr. Augustin und auch habe ich nachher dann Kontakt bekommen zu mehreren Spezialisten, unter anderem Herrn Althoff und die Sache hat sich dann bestätigt. Okay. Und was ist jetzt für Sie, ich habe schon so viele Jahre, Jahrzehnte mit diesem Thema und die Gesundheit, man sieht es auch, hat sich auf jeden Fall stabilisiert. Ja, das möchte ich da immer reinhaken. Also ich hatte im Jahre 2000 meine gesundheitliche Wende, wo ich anders gegessen habe, anders getrunken habe, sportlich mich betätigt habe. Dort habe ich 35 Kilo abgenommen im Rahmen von 17 Tage Fasten und kann sagen, dass ich seit diesen rund 11 Jahren bei keinem Arzt mehr war, kein Medikament mehr genommen habe, keine Nahrungsergänzung und jetzt aber wirklich mich sportlich betätige und im Rahmen meiner Alterskategorie dort beim Laufen Halbmarathon mache und dort erste, zweite, dritte Plätze mache, weil ich mich grundsätzlich umgestellt habe. Ich möchte sagen, ich hatte eine gesellschaftliche Wende und ich hatte die gesundheitliche Wende. Ja, Glückwunsch erstmal dafür. Und was ist Ihnen jetzt so ein Anliegen, was die Menschen erfahren? Ja, ich hatte es, das mache ich sehr gerne nochmal, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt. So wirklich, also so einfach wie möglich, also einfach wirklich sind Menschen, die noch nie davon gehört haben. Also so, 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 stelle ich sich vor, da sitzen jetzt ganz viele Kinder vielleicht auch, ne? Die so Kinder. Ja, ich kann es so relativ kurz sagen, ist aber sehr wichtig, ist meine Meinung. Ja. Das Wasser ist unsere wichtigste und wertvollste Ressource. Da sollten wir wirklich alle daran denken und es kann nicht sein, dass dieses wertvolle, diese wertvolle Verbindung, dass die in private Hand kommt. Und da versuchen sich, ich habe das vorhin schon gesagt, Superkonzerne sich, indem sie damit viel Geld verdienen wollen, zum Beispiel dieser französische Konzern Veolia oder auch Suez, die versuchen das zu kommerzialisieren und das muss unbedingt verhindert werden. Diese, im Rahmen der Daseinsviersorge ist meine Meinung, dass gerade Wasser, aber auch Energie und vielleicht auch noch die Bahn, dass die nicht in private Hände kommen. Und dafür setzen Sie sich? Dafür setze ich mich ganz stolz ein. Okay. Und wie können jetzt die Menschen von außen gehen, die sagen, wow, das finde ich toll und das möchte ich von Herzen unterstützen? Wie haben die da die Möglichkeit? Wenden Sie sich an Sie oder was gibt es da für Möglichkeiten? Naja, es sollte jeder sensibel werden, dass er auf sein Wasser, was er trinkt, achtet oder was er jetzt für seine Nahrung nimmt oder mit was er jetzt bestimmte Sachen abwäscht. Wenn er das richtige Wasser nicht nimmt, dann kann er auch kein Obst oder Gemüse sauber machen. Er kriegt damit die Dinge nicht raus aus dem Wasser. Das Wasser muss die richtige Oberflächenspannung haben, damit das Wasser rauszieht. Und die Problematik ist ja auch in Bezug auf Krankheit, dass Mensch und Natur übersäuert sind. Und dort muss ich eben wirklich sehen, dass ich mehr basische Stoffe zu mir nehme. Und in dem Rahmen muss eben dafür gesorgt werden, dass das Wasser, was ich trinke, dass das mehr in Richtung Base geht, weil wir ja überall sehr belastet werden mit diesen sauren Dingen. Und diese sauren Dinge sind ja in letzter Konsequenz verantwortlich für unsere Gesundheit oder Krankheit. Wenn wir tiefer gehen, bei sauer, basisch, sind es eben die überall in aller Munde deutlichen freien Radikale. Und wenn ich noch tiefer gehe in Richtung Krankheit und Gesundheit, ist es eben ein unausgeglichenes Potenzial zwischen Plus und Minus. Dankeschön. Und abschließend sozusagen, also Sie fühlen sich jetzt wesentlich fitter und frischer und jünger als vor vielen, vielen Jahren der Tausenden. Das kann ich mit meinen 66 Jahren sagen, ja. Wow, wie sagt man mit 66 fängt das Leben an. Juhu. Dankeschön. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Mit 71 hängt das an. So. Ja, Sport hat ja auch nicht... Also es sieht so aus, als wenn es jeden Tag neu anfängt. So ist es eine schlechte Idee. Ja, mit Sport habe ich ja nichts gesagt. Ich habe... Du erst... Wasser... Ich habe... Ja, ich bin ja hier. Was ist Männer? Männer. Es ist ausgeschaltet. So. Soll man anschalten? Sonst kann es auch... Ich kann es auch... Ich kann es auch... Ich habe in der DDR rudern gelernt, ja. Rudersport war die stärkste Sportart aller Zeiten in der DDR. Und da habe ich auch mit zwei Olympiasieern zusammen trainiert, ja. Da habe ich jetzt aber nicht gewusst. Luca und Bote, ja. Zweier Rolle. Ich bin überhaupt noch Vorbild dafür, wie wir zu der DDR haben. Ich kenne auch die Trainer. Da habe ich gleich Trainer trainiert, aber leider habe ich nur 85 Kilo gewogen, dass es zu leicht für ein Boot war, ja. Was? Ja. Man muss 90, 95 Kilo wiegen, weil das Boot läuft und läuft und da braucht es eine gewisse Trägheit, sagt man ja. Sonst kann das Boot nicht richtig laufen. Ich könnte zwar gut rudern, aber nicht schnell genug. Das heißt auch nochmal zum Thema Gesundheit und Wasser. Das heißt, das zeigt es nochmal ganz stark, dass einfach... Wassersport ist der gewinnendste Sport, ist ja allgemein bekannt, ja. Ja. Und zwar hat man bei allen Siedlern Versuche gemacht, einen ganzen Monat nicht zu essen gegeben, aber die leben von der Luft, von dem dichten Wasser der Luft, ja. Und die sind nicht nachweislich beobachtet worden und so weiter, ja. Die Hauptnahrung geht über die Lunge, die ja aus der Luft das dichte Wasser herausfiltert, in die roten Hütkörperchen rein buxiert und das nennt sich Permeation. Ich will auch ein permeatives Gewächshaus bauen deswegen. Permeation ist der Fachbegriff dafür. Und dann das zum Behörden überhin transportiert, ja. Da haben die Schlüsselrolle die roten Hütkörperchen, die auch ein Loch in der Mitte haben oder Fastenloch und dann praktisch ein Wirbel irgendwie, der wir ja ganz schön ähnlich sehen, ja. Und das Ansaugende und das Abstoßende und so weiter, ja. Die roten Hütkörperchen sind der Schlüssel der Säugetiere, dass die Säugetiere so erfolgreich waren. Wassereimer. Und sind Wasser. Nein, Wassereimer nicht, eben doch ein bisschen besser als ein Wassereimer. Ja. Also auch hier zeigt sich genau, Gesundheit und Wasser sind eng miteinander verknüpft. Sei es innerliches Wasser oder auch mehrere. Ja, ja. Wenn man es ihm leicht macht, den Körper es aufzunehmen, dann ist es natürlich besser. Wenn man es nicht so ungefähr schwer macht, dann ist es natürlich nicht gut. Dankeschön. Bitte. Jetzt machen wir mal kurz einen kleinen Stoff raus, da ist Angestellte weg. Genau. Wir sind gleich wieder da. Wir machen nochmal einen kurzen Cut. Wir machen nochmal einen kurzen Cut. Wir sind gleich wieder da. Oh. Ach du, oh. Oh. Acht du es außen. Kann man verstehen wie viel es dran ist? Moment. Ja, Moment. So ist das mal Geheimnisse. Eigentlich schon, ja. Soll ich einfach so sagen? Ja, ja. Ich nochmal kurz den Namen. Nadine Althof. Nadine Althof, so sage ich es auch. Du musst aufpassen, wenn du aufstehst, dann macht es laut. Ja, Interview mit Herrn Nadine Althof, freut mich sehr zum Thema Wasser innerhalb unserer Wasserkonferenz. Also ich habe jetzt schon einige Dinge gehört und es spricht mich sehr an und es berührt mich. Also mir geht es immer so, dass ich kann Dinge hören und es ist okay und ich muss die Dinge, ich muss fühlen. Ich bin einfach eine Frau und mir geht es über das Gefühl und ich hatte einfach ein ganz großes Gefühl, als was Sie bisher gesagt haben, gerade als es auch um die Männlichkeit, Weiblichkeit geht. Aber bevor wir dazu kommen, näher einsteigen, jetzt erst mal zum Thema Wasser. Wie kamen Sie dazu, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen und nähern? Also ich habe irgendwann 1984, 85, 86 oder sowas, diese Zeit, habe ich von einem philippinischen Geisthaler eine Kombucha-Kultur bekommen. Und Kombucha ist bekanntlich ein altes Volksheilmittel und ich habe daran sehr partizipiert an diesem Getränk und war sehr begeistert darüber, dass es ein altes Volksgetränk ist. Und ich fing dann an, mit Kölner Weißleitungswasser zu brauen und das ging nicht, weil das Wasser von Köln ist nicht gut, wenn man so schäppig ist. Ja, es war so schäppig, dass ich also das Fass oder die Vase, eine alte Tonvase war das, wie ich angefangen habe, so 10, 12 Liter, von oben nach unten in die Flaschen schöpfte und es stank immer mehr, je tiefer ich in die Tiefe kam. Und es war einfach so, dass die Mikroorganismen die Schadstoffe im Wasser ausgefällt haben und an den Bogen abgelegt haben. Und je tiefer ich kam, je mehr nach Kloake stammt es dann. Und dann wusste ich, also das war so eine sehr praktische Erfahrung, wie man mit schlechtem Leitungswasser konfrontiert werden kann. Und dann bin ich zu einem Freund auf die andere Rheinseite gefahren und habe mir das Wasser da geholt und da war das Wasser wohl aus der Talsperre, ein Oberflächenwasser und das ging. Und so kam ich also in die Thematik Wasser rein und habe dann 1991 angefangen Profi zu werden im Kombucha-Braubereich, im Bio-Bereich und habe dann die Thematik gehabt, jetzt muss ich ja nicht nur 10 Liter pro, sondern ich muss jetzt 100 Liter oder 200 oder 500 Liter pro haben, pro Aufguss haben. Wie mache ich das denn jetzt? Und dann kam ich zu den damaligen aufkommenden Wasservitalisierern. Das war dann Granda, das war Vital, Locher, Hydro-Kristall, die ganzen Wasservitalisierer kamen damals mit ihren speziellen Methoden auf den Plan. Und ich fuhr zu einigen Leuten hin und hörte mir das an und ich stellte fest, dass man mir nie die ganze Wahrheit erzählen wollte und immer ganz komische Sachen auch auftraten. Also abgesehen von der Geheimniskämerei kam dann auch so etwas wie Magnetismus auf und andere Methoden, die dann wiederum sympathischer waren. Aber im Prinzip war es so, dass ich merkte, ich war mit den Äußerungen der anderen nicht zufrieden. Nicht nur wegen der Geheimniskämerei, sondern auch ich merkte, dass die mit der Natur nicht viel am Hunde hatten. Jedenfalls nicht so, wie ich die Natur verstanden habe. Und ich habe mich dann überhaupt auch mit dem Thema von Schauberger beschäftigt. Und der war mir natürlich von allen am sympathischsten, obwohl er auch nicht ganz unschwierig ist zum Studieren, weil er dann auch einige, sagen wir mal, etwas ältere Varianten der Sprachführung hatte, die ich nicht immer durchschauen konnte. Aber ich bin selber mit der Natur immer schon in Verbindung gewesen, auch sehr tief in Verbindung gewesen. Und ich weiß also, wann die Natur im Spiel ist und wann nicht. Und dadurch, dass mich also keiner richtig befriedigen konnte in meiner Neugier, habe ich einfach angefangen, selbst zu arbeiten. Und das ging dann wirklich sehr spannend vonstatten, nur ein kurzer Hinweis, das war, bei einer Freundin in München unterm Dach hing ein gelber Zettel am Binnenbord. Und ich saß am Küchentisch und wir aßen und irgendwie ließ mich dieser Zettel nicht in Ruhe. Ich kann nicht erklären, was das war. Und dann habe ich irgendwann den Zettel in die Hand bekommen und siehe da, es ging in Spiralen. Ein Geomant hatte also Spiralen gewickelt und die konnte man kaufen. Und ich habe sofort gewusst, da muss man lang, da geht es lang. Einfach so ein Gespür. Das war meine Intuition. Ich folge diesen Dingen automatisch, ohne auch darüber nachzudenken. Wobei ich schon mal die Schwierigkeiten hatte, das am Anfang zügig zu laufen zu lassen. Aber mittlerweile tue ich das nur noch so. Also ich arbeite viel aus dem Bauch heraus. Und ich wusste sofort, dass das muss eine Rechts- und Links-Spirale sein, weil die Natur einfach rechts und links hat. Also männlich, weiblich. Und der Geomant wollte mir aber nur eine Rechtssträhne verkaufen, weil er sagte, das Linkssträhne ist böse, das polarisiert um und all so ein Kram. Und ich wusste, dem Jungen, red doch mal schön weiter, ich möchte bitte eine Linkssträhne dazu haben. Und er hat es mir dann auch gemacht. Also ich kriegte dann sieben Rechtssträhne, sieben war meine Zahl, ganz automatisch, auch wieder intuitiv. Dann habe ich also sieben Rechtssträhne in den Schlauch reingetan und sieben Linksträhne und habe dann einen Rechtsdrehenden und einen Linksträhnenstrang gehabt. Und habe dann in meiner Brauerei, das eigentlich damals mein Labor war, also ein kleines System aufgebaut, das hieß also Filterung, sagen wir mal eine Reinigungseffekt. Und dann kamen die Rechts- und Linksdrehenden Spiralen, dann kam ein Kristallwasserfall. Wir wissen alle, Wasser ist ein flüssiger Kristall. Hier stehen ja unsere Freunde. Dann kam ein Bachbett, da hat mir ein Geomant beigeholfen, wunderbare Arbeit gemacht. Er hat also einen 48 Kilo schweren blauen Marmorstein irgendwo geschenkt bekommen und er wusste, das ist ein spezieller Stein. Den hat er mir dann, hat er mir ein Bachbett reingemeißelt mit sieben Schakrensteinen. Es war abgefahren, ich habe das heute immer noch das System, nur ist es deaktiviert. Und danach kam also erstmal das Bachbett, dann kam das Flussbett und dann ging es ins Fass rein. Und 1994 habe ich also mit diesen Getränken, die ich entwickelt habe, unter anderem auch wegen dem, also wegen dem Geschmack natürlich auch, aber unter anderem auch gerade wegen des Geschmacks des Wassers, habe ich da mit dem Biofachpreis gewonnen, den ersten Platz gemacht. Und so wurde ich eigentlich sukzessive zum Spezi. Aber ich muss das auch, möchte das auch gerne sagen, ich bin nicht nur die Universität reingekommen. Wenn ich das gemacht hätte, ich habe also meine Unistudium geschmissen, habe BWL studiert und habe gemerkt, das sind für mich Theoretiker, die denken, sie könnten diese Theorie der Realität überstülpen, das geht nirgendwo. Und ich bin eigentlich dann ausgestiegen aus der BWL und habe mich der Realität gestellt und von daher bin ich sehr organisch zum Wasser gekommen. Das betone ich auch sehr gerne, weil ich habe mich immer davon ferngehalten, von diesen vielen Konzepten, die die Menschen hatten, auch die analytischen Konzepte, die man so hat, weil es sind ja in der Wasserszene sehr viele Konzepte unterwegs. Wasserszene, das habe ich auch spannend. Wasserszene, ja klar, das ist ein Verkaufsvektor auch. Und die ganzen Wasservitalisatoren, wenn man die mal analytisch durchleuchtet, die haben mich immer viel mit der Natur zu tun. Also das lauge ich sogar laut mittlerweile, weil wenn ich mich nicht mit harmonischem Wasser versorge, kriege ich ja ein Stoffwechselproblem. Ganz einfache Kiste. Und deswegen habe ich auch immer wieder gesagt, guckt euch genau an, was ihr für ein System habt. Wer die Natur nicht da implantiert hat, liegt falsch. Und das sage ich überall mittlerweile und ich sage es auch immer strenger, weil ich merke, das soll gehört werden. Und wenn das nicht gehört wird, kriegen wir ein Problem, ernsthafte Probleme. Da möchte ich meinem Vorredner sehr viel danken, auch dem Herrn Augustin sehr danken, weil wir haben ja alle die Parallelen jetzt erlebt und wir kommen alle aus der gleichen, sagen wir mal, Notdurft zum organisch lebendigen Wasser. Und wir merken alle, dass wir lebendiger geworden sind, gesund geworden sind durch lebendiges Wasser. Und wenn man so lange unterwegs ist, für mich erkennt man auch sehr viel, was da unterwegs einem Unsinn gemacht wird. Ich bitte das auch sagen zu dürfen, weil ich muss auch mal sagen, dürfen, das geht so nicht, was du da machst. Du hast den Kontakt zur Natur verloren, dann hast du ein Problem. Nein, wir haben es ja jetzt dicke, jeden Tag kriegen wir es ja mit unserer welten, klimatischen Thematik kriegen, was wir nur jeden Tag um die Ohren gepfiffen und es wird schlimmer werden, wenn wir nicht aufpassen. Wir Menschen können entscheiden, wie es wird. Also wenn wir uns wieder zur Natur zurückbesinnen, haben wir die Entscheidungsqualität zu sagen, wir drehen den Riegel wieder in die richtige Richtung. Und beim Wasser fängt es an, denn Wasser ist nicht nur ein technisches Medium. Wasser ist eigentlich, im Hebräischen sagt man, Wasser und Geist haben eine synonyme Parallelität. Denn im Wasser ist der Geist drin, aber nur im Lebendigen Wasser. Und Geist heißt in diesem Falle Organenergie, heißt in diesem Falle Tachyonenergie, heißt ätherische Energie drin. Das sind alles die gleichen Worte für ein, das gleiche Thema. Ja, das ist schön, dass man das versteht, das ist total wichtig. Und nach Ihrer Meinung sind dann auf jeden Fall auch Menschen, die auch noch nie was davon gehört, die sich beschäftigt haben, die sagen ja, da habe ich keine Ahnung, da kann ich nichts tun dafür oder dagegen oder wie auch immer. Da sind Sie andere Meinung, das kann jeder was dafür tun. Danke, das war sehr richtig. Denn es ist wirklich so, das wurde auch soeben gesagt, Wasser ist im Prinzip einfach. Jetzt sage ich noch eins oben drauf, die Natur ist im Prinzip einfach. Wir haben sie nur verkompliziert. Und ich sage allen Leuten, die jetzt zuhören, auch in die Kamera hinein, Leute, ihr wisst viel mehr, als ihr glaubt. Traut dem bitte. Wir brauchen euch. Das geht nicht nur so ein paar Fachspezis an, was wir hier machen. Das geht euch alle an. Und euer Wissen und eure Intuition, eure Kenntnisse, legt die in die Schale hinein. Gott spricht durch jeden von uns. Und der wartet im Inneren auf euch, dass ihr anfangt zu reden und aufzustehen für die Wahrheit. Und im Wasser, in Vino, nicht in Vino Veritas, in Aqua Veritas. Ja, klar, in Aqua Veritas. Aber natürlich ist der Wein und auch Wasser wieder oben, wobei noch so ein paar spezielles Bestandteile hinzugekommen sind. Also du siehst, ich habe einen sehr organischen Bezug dazu. Und ich warte schon auf deine Frage, was ich zu sagen habe zum Wasserthema, was mir im Herzen liegen muss. Leute, steht auf. Erd das Wasser. Es ist unser Leben. Und Herr Augustin, Sie sind nicht der Einzige, der nah am Wasser gebaut ist, wenn es um die Liebe auch geht. Wenn es ums Wasser geht, wenn es ums Leben geht. Es sind so viele Menschen unterwegs. Wir müssen uns zusammentun und zusammen aufstehen. Und es spielt keine Rolle, ob ihr da hinten aufsteht, da aufsteht, egal wo. Aufstehen, Leute. Wenn wir nicht aufstehen, gehen wir an die Wand. Gehen wir unter. Gehen wir an die Wand. Ja, das ist das Gleiche. Ich will es nicht so deutlich sagen. Was ist so? Ich bin so zweifüßig. Und ich kann nur sagen, was ich sagen kann. Aber ich fordere euch auf, liebe Freunde, kümmert euch um euren inneren Gott. Der wartet innen drin. Nicht draußen, innen. Und das hat was mit dem Wasser zu tun. Denn im Wasser ist der Geist drin. Aber nur im lebendigen Wasser. Und ich will noch mal was zu dieser Form meiner Entwicklung sagen. Ich habe der Natur einen Gegenstand abgeschaut. Ich bin Viktor gefolgt. Viktor Schauberger bin ich gefolgt. Und Viktor Schauberger hat gesagt, kapiere sie und kopiere sie. Und ich habe ganz billig und einfach und, sagen wir mal, meiner Intuition folgen, einen Gegenstand aus der Natur, technisch kopiert, habe die Winkel aus der Natur entnommen, habe sie aneinander gereiht und siehe da, es geht. Eigentlich habe ich das Herz kopiert. Aber dadurch, dass ich nicht intellektuell im Vorfeld mit irgendwelchen Konzepten an die Thematik Wasser angegangen bin, hatte ich intellektuellen Freiraum. Und konnte frei, naiv, jungfräulich, kindlich, naiv, genau, an die ganze Thematik rangehen. Und bin meiner Intuition gefolgt, also ich bin auch meinen Eingebungen gefolgt, wie ich so eben mit den Spiralen erzählt habe. Als ich mir den Kristallwasserfall gebaut habe, wusste ich dir, ja, welche Kristalle nehme ich denn jetzt? Und habe die Welt in die Wege umgesetzt und dann dachte mir ein Freund, nimm doch einfach die, die dich ansprechen. Da war ich schon und habe viele Steine befreit aus meiner Konzeption, oder aus meinen Sorgen jetzt eventuell den Falschstein nehmen zu können. Und habe damit ein wunderbares System geformt und auch bei der Spirale, die ich hier entwickelt habe, die hier also links und rechts läuft, bin ich dem Gegenstand begegnet und habe gemerkt, wenn ich dich technisch kopiere, kopiere ich die Natur und das ist der Weg, wo ich lang muss. Natur kapieren, Natur kopieren. Und selbst bei Schauberger im Hause, bis heute wissen sie nicht, dass das Linkssystem hinzugehört. Rechts und links zusammen, nicht so und nicht so, sondern so, mittig. Und es ist jetzt mehrfach auch gesagt worden, aber ich sage es gerne nochmal, nur wenn wir in die Harmonie zurückkehren, auch beim Wasser in die Harmonie zurückkehren und nicht in die, von der einen Disharmonie in die nächste, also nach dem Motto, ich muss jetzt umkehrenosmose Wasser trinken, um meine Toxine rauszukriegen, das ist Bullenscheiße, Entschuldigung, aber es ist Bullenscheiße. Ich muss jetzt basisches Wasser trinken, damit ich aus dem toxischen, aus dem Säurebereich rauskomme. Bullenscheiße, stimmt nicht. Wir müssen mittiges Wasser trinken, denn das mittige Wasser ist in der Lage, alle Toxine rauszutun. Wenn ich mittiges Wasser, also lebendiges Wasser trinke, werden sich in meinem Körper keine Toxine festlagern. Very simple. Also, ich sage das nochmal in die Kamera rein, die Natur ist einfach, Leute, ihr wisst es alle. Traut dem, geht dem nach. Und wenn ihr eine Intuition habt, geht dem nach. Ich habe es gekonnt, ich habe so ein System, es ist genial. Ich habe damit die Milch über 44 Tage haltbar gemacht. Was? Über 44 Tage, mir sind die Proben ausgegangen, ich hätte noch viel, viel länger arbeiten können damit. Die Rohrmilch habe ich mit lebendigen Konzentraten, Fruchtkonzentraten gemischt, durch den Baum hergegeben, fantastisch. Und ein Breitbandtonikum, nicht irgendwie eine einzelne Monokultur in irgendeiner abgekochten Grundlage von homogynistischer Milch, wo dann die Bakterien steril reingelagert worden sind, um sich vermehren zu können, um dann das Darmmilieu zu blockieren. Ja, die Monokulturen blockieren das Darmsystem, wir kopieren das, die machen daraus auch eine Monokultur aus dir. Du bist keine Monokultur, du bist ein Breitbandsystem. Oder wenn ich noch einen Schlag oben draus setzen darf, diese ganze frequenzielle Behandlung, die Manipulation von Bio, sogenannten Bio-Informationen auf dieses Wasser herauf. Leute, lasst die Finger davon. Okay. Du bist ein veränderndes, sich veränderndes System. Die ganze Wissenschaft weiß mittlerweile, dass die Gene sich verändern, also bist du ein sich veränderndes System. Und wenn du eine Bio-Frequenz, die permanent auf dich einströmt, durch Wasser zu dir nimmst, dann bist du Monokultur. Okay. Wir brauchen in Frequenzen, brauchen wir, also auch in der Musik kennt man das, dass jeder Ton viele, viele Obertöne hat. Technisch erzeugte Frequenzen sind Monokulturen. Finger davon, Leute. Ihr blockiert euch damit. Eigentlich wollt ihr ja wachsen. Wir Menschen wollen wachsen. Wir wollen alle Gott repräsentieren auf der Erde. Also lasst euch nicht auf sowas ein. Ihr gehört das. Das ist mein Wunsch. Das heißt, es ist erstens aus der Einfachheit. Ja. Ich liebe die Einfachheit. Zweitens, es ist gut, so weniger zu wissen, so genannt, also nicht zu studieren. Und so, wenn man sich auf das Göttliche verlässt, ist man nicht verlassen, sondern es kommen Erkenntnisse ohne Ende, wenn man dem einfach nur folgt und weiter und weiter. So wie bei dir, also danke dir dafür. Noch was, ich will doch schon sagen, sicherlich studieren. Ja. Aber das Leben studieren. Ja, ja. Nicht die Theorien, andere Leute nachkauen, die eh daneben liegen. Das Mut tun doch überall. Unsere Universitäten sind doch dazu verdammt, die alten Nummern immer noch zu erzählen. Und dann haben wir immer noch diese Fachidioten, die so genannten, die dann nicht kapieren, dass Wasser lebendiges Wasser ist. Die Leute kriegen Haarkriseln, wenn die hören, lebendiges Wasser und sagen, ach, welch ätherischer Quatsch. Die haben keine Ahnung. Und Wasser ist Leben. Also warum darf Wasser nicht lebendig sein? Das sind Tausende von meinen bewiesen worden. Wir müssen doch nicht die Kuh 10.000 Mal oder das Rad 10.000 Mal neu erfinden. Herr Badmanjelitsch, Dr. Badmanjelitsch, du bist nicht krank, du bist durstig. Diese Bücher hat er geschrieben. Hunderte von Fällen liegen davor. Ich brauche die Leute nicht zu überzeugen oder ich muss denen keine Beweise liefern, dass Wasser ein unspezifisches Heilmittel ist. Aber die fragen permanent danach, ja, aber wo sind denn Ihre Beweise? Sag ich, hören Sie mal, ich bin noch nicht verrückt genug, um Ihre Konzepte niederzumähen. Mit meiner Wahrheit lesen Sie sich doch die Bücher durch, da steht doch alles drin. Wissenschaftlich von hinten bis vorne alles bewiesen. Also nichts von wegen Beweise, die sind alle da. Und der Rest ist intuitiv verständlich. Und noch was, weil du soeben erwähnt hast, ich hatte neulich einen Vortrag gegeben in Walzenhausen in der Schweiz und sagte mir einer, du, ich war vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren bei einem Institut in Österreich, PKS, und habe mir den Vorträgen angehört, ich habe nichts in Erinnerung davon. Aber dich habe ich verstanden. Und also nicht, um mich jetzt da hochzuheben, sondern es ist einfach, Leute. Der liebe Gott hat uns nicht irgendwie unlösbare Fälle geliefert. Das Mysterium Wasser ist schon längst entmystifiziert. Es geht nur über Rechts- und Linksverwirbeln. Die ganze Natur ist ein Wirbel. Deine DNS, wenn sie sich bewegt, sie bewegt sich, was haben wir uns eben gehört, in der E-Funktion. Herr Augustin hat es doch gesagt, der Mann weiß, wovon er redet. Geschleudigt. Geschleudigt. Also, ich bitte euch alle, liebe Freunde, steht auf innerlich. Traut euch. Ihr wisst viel, viel mehr, als ihr denkt. Und wir brauchen euch. Die Mutter braucht euch. Die Mutter Erde braucht euch. Und ich als Mann darf das sagen. Und ihr Männer, hört auf, euch zu unterdrücken innerlich. Eure Zärtlichkeit, eure Liebeskraft, eure innere Weiblichkeit ist gefragt. Unterdrückt sie nicht im Außen und auch nicht im Inneren. Ihr tut euch viel mehr weh, wenn ihr die Frau unterdrückt, als ihr euch das vorstellen könnt. Und ich rede auch in diesem Teil über das Wasser. Das Wasser ist das sensibelste Medium aller Zeiten, liebe Freunde. Das reagiert auf meine schlechte Laune, wenn es auf dem Tüten Tisch steht. Alles wissenschaftlich bewiesen. Da schreien doch schon die Spatzen vom Dach runter. Aber es muss natürlich lebendiges Wasser sein. Also ein Flächenwasser. Ein oberflächenreiches Wasser. Homöopathische Tiefe muss es haben. Und das ist das sensibelste Wesen, liebe Freunde. Und das kann in unserem Körper nur die hochfeindsten Stoffwechselprozesse dann lösen, wenn es Fläche hat, wenn es Dynamik hat, wenn es in der Mitte steht. Ich bin seit 22 Jahren nicht mehr krank. Sommerkreppe. Habt ihr noch eine Tast im Schrank? Ja, das muss man auch mal so laut sagen dürfen. Also nach dem Motto, schöpft das richtige Wasser in euch, um euch herum, dann werdet ihr Schöpfer. Ja, danke für die Ergänzung. Ihr seid Schöpfer. In der Bibel steht es doch drin, wisst ihr nicht, dass ihr Götter seid. Aber nicht nur so tun, ihr müsst es auch sein dann. Danke von Herzen. Berührt mich sehr, danke. Wollte ich schon lange mal sagen. Danke. Dankeschön. Es gibt auch Fragen, aber nachher, ob du mal ein bisschen was zerstören. Wir machen jetzt wieder eine Pause. Wir machen einen kurzen Stopp, kurze Pause und dann gibt es auch Fragen im Chat, auf die wir gleich noch eingehen. Also, bleibt dran. Wir sind gleich wieder da. Hier ist ein Kaffee, gut, da brauchen wir voll Kaffee getrunken, aber kann sein, dass sie schon zu haben. Ja, ja, schon zu, jetzt ist alles zu. Nein, sehr gut. Jetzt ist der Hund gekommen. Ja, das war's nicht gemacht, wir brauchen das zu tun. Noch mal. Hier machen wir uns noch drauf. Huh. Überlieblich. Sehr gut. Hm. Hat es mir noch nicht gegeben, dass die interviewt, dass die interview Leute sich in der und der umarmen. Das gibt es nur hier, Leute. Wenn ich hinschalte, dann spüre ich. Aber das stört alles. Ich habe vorhin das nochmal, weil ich habe sicher 3.000 Leute geschickt. Doch, zu viel. Vielen Dank. Also, es ist spürbar. Nein, live schaffen das viele. Danach sehen wir das 10.000 live, nicht nur 40, 80, aber bewegend. So, bis zum Morgen haben wir es schon 2, 3, 3. Ja, deswegen sage ich, die Leute sparen, aufgehen, fahren und die sind da. Ja. Wenn ihr das erklären, dass sie Kunst dazwischen und Sabine tanzt. Ja. 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 Da bin ich mitteilen, mitteilen, mitteilen darf. Wow. Stimmt, ja. Ja, das habe ich vorhin eh schon gedacht. Das ist gut, aber mir hat sich niemand. Nein. Wow. Das ist ja jetzt noch eine richtige Ergänzung zum Wasser. Dann muss ich es erstmal woanders fließen. Das ist ja jetzt. Das ist ja jetzt. Hahaha. Das ist ja jetzt. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So schnell kann Wasser sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.